Die Sünde lauert vor dir, aber du herrschst über sie. Das ist das Regieren. Wir sollen herrschen über die Sünde. Natürlich sind wir der Versuchung ausgesetzt, aber ich glaube, das steht schon im Katechismus. Der Mensch ist nicht willenlos der Versuchung ausgesetzt. Weißt du das noch? Du kannst dir auch Nein sagen. Mach es doch. Wir haben manchmal den Eindruck, wir können ja gar nicht anders. Dass wir sie so mitgetrieben von dem Fluss der Mensch Nein sagen und einfach sagen. Nein, ich bin ein Christ. Ich bin ein jünger Jesu Christus. Das mache ich nicht. Habe ich auch schon 2000 Mal gesagt und wiederhole es aber bewusst. Nein, wir sind nicht gezwungen, alles zu machen, was man uns vorschlägt. Alles zu machen, was die anderen machen. Wir können sagen Nein. Die Sünde lauert vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. Mit der Hilfe Christus kannst du Nein zur Sünde sagen. Und einfach sagen, nein, das mache ich nicht. Egal, was die Folgen für mich sind, ich mache es nicht. Das ist eine Sünde. Das ist Gegend ein Willen Gottes. Lasst uns regieren in unserem Leben und unser eigenes Leben und uns selbst im Griff haben. Ja, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, heute sind ja die Menschen nur noch Marionetten. Irgendjemand zieht da die Faden und die Menschen da alles Marionetten und man kann mit ihnen eigentlich machen, was man will. Okay. Aber nicht mit mir. Der Teufel kann mit mir nicht machen, was er will. Mit der Hilfe Christi kann ich mein Leben und meine Natur beherrschen.